nächste runde ja der hat sich gerade kacken dreist hier hingesetzt das hat er einfach gut gemacht muss man jetzt einfach lassen aber das haben wir hier unser panzer kann ich dich noch bewegen dich könnte ich noch bewegen wir gehen dann jetzt erstmal hier auf den panzer die luftwaffe kann ich als nächste runde einsetzen ja das ist meine eigene schuld weil ich selber das war dumm das hätte ich mir hätte ich müssen aufpassen und das darf nicht passieren ich bin gespannt was hier oben ist so dass man mal gucken wir das hier machen also erst mal hier drauf sehr schön dann hier drauf 1 3 0 2 ok sehr gut so die pack ist natürlich jetzt ein problem so jetzt holen wir uns mal den peinlichen bomber hier sehr gut so 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 gut der wäre eingesperrt den kriege ich leider jetzt nicht mehr doch dann müsste ich hier kriegen ja das kriege ich ihn doch sehr gut okay werden die eingekesselt es kommt da schon wieder eine einheit ja gut diesmal sind wir darauf vorbereitet da rein ich würde sagen wir machen noch nicht wir können erstmal gucken was da oben ist genau beim ersten da oben mal weg und dann guck mal was wir da machen können vielleicht so von der seite das wird das hier oben und dann hier die kontrolle über die gebiete uns holen ist gut zu tun sie 20 all objects okay ja das müssen wir jetzt ändern weil das ist jetzt echt zu kostspielig das ist mir jetzt einfach eine nummer zu kostspielig so jetzt würde ich gerne wissen ob der hier durch näher steht hier nur gut der steht hier nur ja dann hier drauf wenn ich dich kenne kann ich wieder zurück sehr schön so dann ja gehen wir hier drauf so die stücke hier drauf 1 11 ach komm machen wir und kriegen dann auch den kill perfekt so du hier hin hier drauf ja die frage ist würde der jetzt hier lang kommen müssten wir unter beobachtung halten einfach nur wir warten dann auch lieber noch eine runde und dann holen wir uns gleich wir haben wir gleich die infanterie so 2 13 richtig hardcore ja komm wenn wir das hier schnell räumen würden könnten wir vielleicht hier hin hier herum wir müssten die ja wegräumen 3 5 0 2 ja nice perfekt ok go das wird jetzt so ein katz im ausspiel hier der hat hier oben sehr viel truppen dann müssen wir vielleicht gleich mal mit der stücke mit der anderen stücker bisschen luftwaffe hier hinschicken das ist was das machen wir jetzt wir verlegen jetzt die stückers nach hier wenn ich sie brauche kann ich sie immer noch verlegen aber das machen wir jetzt so du hier drauf 5 ja das reicht halt noch nicht wir könnten einfach mal hier hin jetzt noch nicht das erobern doch so du hier hin wenn man einfach hier das spätchen weiter und vielleicht zieht er ja truppen nach oben äh ich muss auf jeden fall mal was abziehen das ist schon mal klar ja 3 4 das ist wahnsinn machen wir das der kriegt ja kein damage wahnsinn 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 macht der mir hier noch so viel schaden ja gut das ist auf dem hügel ne aber boah übel ne da mache ich noch nichts nee 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 ok cool der reagiert echt hier finde ich geil wir gehen auf die artlorie hier ziehen jetzt ihm die truppe ein bisschen auseinander ok das heißt jetzt wenn wir hier unsere stücke offensive starten so luftwaffe wenn wir hier beide auch rein gut das läuft ja eigentlich ganz gut hier was mich jetzt mal interessiert als erstes was ist hier noch ok und was ist hier nein du sollst dahin danke ach komm so wir stehen vor kurz so wenn man es mal holt also entweder er bleibt unten weiter stehen oder er macht jetzt irgendwas flackenfetzer ich will dich du kommst mit nach oben und du wirst hier unten die stellung halten ja so dass hier läuft ja ein punkt 30 ne brauche ich hier nicht 18 was dir machen wir mal ein 8 achter geschützt falls hier was sein sollte ja kavallerie hier drin ist natürlich übel wir müssen halt gucken wann müssen wir dann nachher hier oben dann die luftwaffe langsam einsetzen ist natürlich auch oh shit oh shit hmm 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 ok kommen wir hierhin das war so nicht gedacht so hat er hier drauf kommt da hinten panzer ja schon mal ja wir uns jetzt hier durch 36 17 überlegen vielleicht da mal hin aber was läuft es eigentlich ganz gut hier an so hier haben wir gesagt du wirst hier und das unter kontrolle halten und der rest geht nach oben ja wir gehen hier mal auf die straße machen hier den weg so zu ok die sind in position da ist nichts ok wir können sagen dass hier unsere flanken erstmal frei sind ja ja hier müssen wir abwarten wenn dann gehen wir dann hier mit der stücker rein da muss der jetzt gleich hier weichen erstmal und der pilot ok ich sehe gerade was im hinterland sind ja das muss ich ändern aber bevor ich das ändern würde ich mal gucken ob da überhaupt was ist ja das sind truppen drin in meinem hinterland das geht ja gar nicht ja das ist ja ein und ding in meinem hinterland sind truppen ok am stücker hier drauf ich habe es hier hinten hat eingesetzt hier drauf erstmal ok am weit konnte eigentlich gut bleiben weil er macht das hier eigentlich ganz gut der pionier hier im wald der so ruhig im wald bleiben was wir machen stop 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 ne 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 das machen wir nicht du konntest hier eigentlich weil du kriegst kein damage wenn du angreifst so auf ja schon geht's los der will mir hier wurden die flanke fallen gut dann müssen die halt hier dann regeln ach der hat nicht diese alle tappen bewegung ja jetzt das fehlt hier jetzt wenn du hier rüber gehst kommst du noch mal hier weg das ist gut okay die frage ist wird das mir hier noch ärger bringen aber es ist momentan noch uninteressant weil es interessiert mich momentan nicht er kann mich auch nicht kesseln oder so aber gefallen tut mir das nicht okay wir schicken mal eine stücke da hoch und zwar hier drauf danke sehr du hier drauf du hier drauf okay könntest du nein du hier drauf nicht nicht Das war's für heute. das ist brandgefährlich hier luftwaffe so muss ich mir mal den da genauer angekommen ja da ist nicht ohne der kann mit meinen locker kann mit meinen mithalten auf jeden fall ok so go ja mist ey zwei wo drei schaden alter feiler drei schaden das ist bitter das ist richtig bitter das tut richtig übel zwei okay und ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wenn man das, gehe ich hier hin Okay, ihr hattet hier die Stellung Du hier hin Und zurück mit dir 2,8 Ne, die stehen hier eigentlich ganz gut So, wir machen dann hier weiter Hmm Okay, kommen wir hier in die Stadt, das ist schon mal gut So, Artillerie hier hinten dran Und dann hätten wir diese Gebiete hier auch So, die Gebiete da hinten stören mich schon Aber es ist jetzt nicht Von Entscheidung, das zu machen So, kurz nur Könnte man in der nächsten Runde in kurz nur rein Also Sieht eigentlich ganz gut aus hier Ja, wir machen das hier So, ich kann jetzt... So, ich kann jetzt... 28 hierhin das war gut und mache ihn platt sehr schön wir gehen da jetzt noch nicht rennen würde das halte ich jetzt für nicht sinnvoll okay das läuft sie ganz gut dann das nächste ist hier drauf hallo wenn ich jetzt hier hinten würde nichts bringen 17 okay die stücke hier auf die artillerie und du viertrauf Okay, lassen wir mal so Go Das ist eigentlich nicht schlecht, dass er den Angriff geführt hat So, Luftwaffe Angriff plus 2 Ich glaube, das war eher ne Werdegang So Ups, das habe ich hier vertrickt Ich glaube, er war das Auszeichnung hier Angriff plus 1, ne er ist es Hallo So Ne, Angriff plus 1, hä? Ich habe doch gerade was Oder war das plus 1, habe ich nicht verguckt Ja, das kann sein Bauch Ja Okay Nice Sehr gut Okay Dann könnte man das jetzt sogar hier beenden, ne? Mal kurz was gucken Also, ich weiß nicht, ob das so ist, aber Finden wir es gleich raus Oh, come on Dein Ernst Okay 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 Wir haben alles, aber wir müssen es wohl bis zum Ende kontrollieren Hm, Mist Ähm, ja, dann muss ich da wohl doch noch einen Cut machen Okay Dann, ja Es sei denn, es ist jetzt doch beendet, aber Und tschüss Gut, Leute Dann mache ich hier jetzt nochmal einen Cut Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und dann geht es in die entscheidende Schlacht Ach, Tier Wir haben alles, aber jetzt müssen wir uns halt nur noch halten Okay Bis dann Und ciao Ciao